Ich muss auch ein wenig vorsichtig fahren. Ja, ich bin einfach dumm. Moin, 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 Moin. Herzlich willkommen zum nächsten Video. Der Dörf kann so viel in seinem Bohrcomputer. Das ist nicht normal. Dann denke ich selber. Dann denke ich selber. Mein eigener Dörf kann nichts. Ey, du bist gerade zu schnell unterwegs. Schauen wir uns mal an. Ein zweiter Gang. Erstmal die Beschleunigung habe ich. Nicht normal. Und aggressiv. Ich darf auf jeden Fall noch einmal anhalten. Ach genau. Der Quick hat die Blipper. Das heisst, schalten ohne zu kuppeln. Das ist alles etwas anders. Ich muss das ausprobieren. Ich habe das Gefühl. Ich muss mich extrem daran gewinnen. Oh, die Leistung. Alter Mann, ey. Der hat 130 PS mehr als mein anderer Dörf. Ich würde jetzt mal sagen. Im ersten Video. Wir stellen noch gar nichts von diesen. Umstellen. Man kann da Regen. Man kann Regen. Man kann Regenmodus. Man kann Strassenmodus. Man kann Rennstrecke. Aber im ersten Video würde ich sagen. Das Gute ist auch. Wenn du es abstellst. Wenn du es abstellst. Dann wird alles auf Null gesetzt. Das finde ich auch gut. Vor allem. Wenn man sich mit der Technik überhaupt nicht auskennt. Und das nicht weiss. Jetzt habe ich vorhin eine GoPro-Wille verbinden. Das ist einfach, dass man die GoPro mit dem Dörf abstellen kann. Nicht mehr grössere Funktion. Das ist eigentlich wie eine Feinbedienung. Boah, schau mal. Wie schnell läuft der im Standgas. Jetzt verstehe ich die Leute, die RAV-Pumps machen. Anstatt zu Ruppen. Gehörst du das? Vorne ist mein Bruder. Der denkt sich wahrscheinlich auch. Was ist das für ein Aff? Ich hoffe, die Kamerasicht ist gut. Boah, hast du gehört, wie der abgeht. Der hat 130 PS mehr als mein Dörf. Ich schildere dir das mal vor. 130 PS mehr. Was ist das für ein schönes Auto? Ist auch nicht schlecht. Oh, mit dem L. Haben wir gesehen? Ein Oldtimer. Garschnummer am L. Super. Sehr schön. Nein, der Dörf ist wirklich... Ich kann ihn noch mal kurz anhalten. Und wir dürfen raus zeigen. Das Problem ist, er hat so viele Funktionen. Eben, er hat Kurven ABS. Das ist schon mal super geil. Jetzt habe ich... Oder damit, wenn du einmal übertippst und routierst remote, dann blinkt er drei Mal Blinker und einmal die Blinker übertippst. wenn du ihn komplett reinlässt und aus der Kurve rausgefahren bist, nimmt die Blinker den Fl Photoshop wieder weg. Boah, Alter, ich fühl mich wie ein lauten Geragen. белiger Geragen aus richtig laut. Weil mein Hund hier ist ja eigentlich leiserig, obwohl ich es mittlerweile auch gefunden habe, sie ist laut, aber wenn du dort fährst, ey, alter Mann, alter Mann ey, ich könnte ja nicht den Sonntag von den Leuten haben, aber ich kann nicht machen, der ist laut, ich fahre im Strandgas, ich fahre bei 2000 Touren, da hat man nachzucht, nein, wirklich, das ist schön, das macht wirklich Fun. Der macht wirklich richtig Fun. Und er ist auch sehr wendig, ich glaube aber blödsinn, bis der Anschlag aufpumpet. Ich muss auch ein wenig vorsichtig fahren, nicht... Ja, genau, genau. Ich habe aber nicht Schlag mit der Kuppel, ich habe ihn jetzt dreimal abgewürgt. Ich glaube, da muss ich mehr Gas geben, dass du nicht abwürgst. Mein Bruder hat auf mich gewartet, zwar nicht. Boah, ist das geil! Aber ich komme auch nicht Schlag mit, zum Beispiel mit den Gängen, ich habe das Gefühl, ich fahre falsch mit den Gängen. Ich muss höchdaueriger fahren bei dem Töff, glaube ich, als bei meinem. Weisst du, dass ich ein wenig Angst habe, wenn ich nachher auf den Töff zurückgehe, dass ich das Gefühl habe, was habe ich für ein Töffchen. Das ist ein bisschen das Problem, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem. Wenn du jetzt ein Töff fährst, mit 180 PS, mit 1200 Kubik, und dann stehst du auf 650 Kubik. 650 Kubik oder 750? Keine Ahnung mehr. Um 55 PS herum, das hat dann schon scheisse, Mann. Das ist ein bisschen meine Angst. Aber schau mal, wie geil ich. Langsam kommt der Schlag mit dem Töff, glaube ich. Da kannst du Track-Mode einstellen. Das Ding ist, es ist eigentlich nicht etwas anderes, nur, dass er vielleicht beim Track-Mode... Ja, gut. Oh. Dass er vielleicht beim Track-Mode aggressiver im Gas ist. Aber ich finde, er ist jetzt schon... ...hure aggressiv, finde ich. Also, ganz ehrlich, im heutigen Video würde ich ziemlich sicher... ...wahrscheinlich etwas überfordert sein mit dem Ganzen. Ganz ehrlich. Oh Mann, ich hätte meinem Bruder das Trinken mitgeben können. Er hat ja genug Platz, wenn er so guschen. Aber... Boah, ist das geil. Ist das geil, die Triumph zu fahren. Alter Schwede, Mann. Aber ich merke wirklich krass, dass ich wirklich aufs Gap mit dem Gas muss. Ich muss die Höchdauer gefahren. Einiges Höchdauer. Aber das sind geile Spiegel. Das würde ich auch gerne bei meinem... Ich weiß nicht, dass die ein bisschen... Wie der ganze Triumph... Sonst sieht es aus wie so eine Bienen, oder? Wenn der so hochgeht. So, jetzt sollen wir mal komplett lang blinken. Und jetzt seht ihr, dass ich nicht blinken, nichts... Ich gehe nicht rausnehmen. Und jetzt... Wie ist es wieder gerade? Was soll ich falsch gemacht haben? Blinkt immer noch. Was soll ich falsch gemacht haben? Blinkt immer noch. Probieren Sie es nachher nochmal. Das, was der Merger gesagt hat... Also du hast ein... Einmal angetippen ist für dreimal... Und komplett überziehen. Ich gehe jetzt komplett überziehen. Ich fahre jetzt die Kurve. Das ist doch eindeutige Kurve. Und jetzt mal schauen, ob er rausgeht. Nein, bei mir klappt es jetzt nicht ganz. Bei mir klappt es jetzt nicht ganz. Ich weiß nicht, ob ich etwas falsch gemacht habe. Oder ob man eine Decke machen muss. Das wäre auch blöd. Wenn man es zwei-, dreimal ziehen muss. Ich sage dir hier... Kraftentwicklung. Aber was du merkst, du musst viel Höchdauer fahren. Ich fühle mich jetzt ein bisschen wie ein Anfänger. Ganz ehrlich. Ja, geht immer noch nicht raus. Das ist noch nicht mal Vollgas gewesen. Und schon bin ich auf 50, alter Schwede. Alter Schwede. Hast du das gesehen? Das ist ja nicht normal. Das ist ja wirklich nicht normal. Jetzt gehen wir rechts rein. Ich glaube, ich muss auch nicht den Motorrad abstellen. In dieser Siedlung rein. Ich will ja schliesslich ein gutes Motorrad-Vorbild sein. Nein, es geht nicht raus. Blinken. Das habe ich irgendwie nicht geschafft. Aber schau mal, der Motorrad ist wirklich schön. Der ist wirklich sehr schön. Jetzt stellen wir hier kurz an. Das Ding ist auch, wenn du... Kannst du hier noch innerhalb von einer Minute noch den Auf- und zu machen. Boah, der Motorrad ist wirklich krass. Was ich gemerkt habe. Ich bin jetzt vorne gefahren. Und im ersten Gang komme ich noch gar nicht zu Schlagen. Und du musst auf jeden Fall höher durchgefahren als bei meinem Motorrad. Auf jeden Fall musst du höher durchgefahren. Auf jeden Fall. Weil sonst... Du merkst gerade, dass er in den Stottern kommt. Und dass er... Also ein paar Bilder machen. Ich mache ein Bild von der anderen Seite. Du musst auf jeden Fall... Höchdauer gefahren. Weil er sonst... Stottern kommt. Und sonst... Wie soll man sagen? Ja... Abschmiert. Man ist jetzt zweimal von der Kreuzung abgeschmiert. Und da würde ich sagen, wäre es das gewesen für das erste Video. Ähm... Ich tue nachher noch... Vielleicht noch... Eigentlich könnte ich probieren dann... Mode umzustellen. Dann... Je nachdem was geschafft zu haben. Dann das nächste Video mit... dem Race-Mode reinnehmen oder so. Mal schauen. Und dann würde ich sagen... Ist das für das erste gewesen? Das Video ist exo nicht ganz so lange. Nicht, dass es... Vielleicht... Dann langsam unspannend wird. Und dann würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro94. Tschau miteinander. Tschau. Tschau.